Hallo vom Campus! Ich bin Celia und zeige euch heute die für mich wichtigsten Orte an der Leuphana. Los geht's direkt hier, denn ich komme heute mit dem Stadtrat und es ist super praktisch, dass es am Campus direkt eine Station dafür gibt. Und wir stehen auch vor einem Gebäude, das jeder Studi kennt, nämlich Gebäude 8. Dort findet ihr die Studienberatung, den Studierendenservice und auch das Infoportal. Hier ist also die erste Anlaufstelle für alle Fragen rund ums Studium und auch für Studieninteressierte, für die erste Orientierung ist das super praktisch. Die MitarbeiterInnen sind natürlich auch telefonisch und online erreichbar. Direkt gegenüber sitzt übrigens der AStA, der Allgemeine StudentInnenausschuss. Dort findet ihr aber nicht nur das AStA-Büro, sondern zum Beispiel auch das AStA-Wohnzimmer für verschiedene Veranstaltungen oder das Café der Initiative Plan B. Generell unterstützt der AStA sowie vor allem auch der DSI euch sehr gerne auf der Suche nach dem passenden Engagement. Da gibt es hier am Campus super viele Möglichkeiten, ob hochschulpolitisch, in einem AStA-Referat oder einer der vielen Initiativen auf dem Campus, sowie zum Beispiel der Tiny House Lüneburg. Und jetzt geht es weiter zur Universitätsbibliothek. Denn egal was ihr studiert, eine Bibliothek gehört zum Studium einfach dazu. Vom Bibliotheksfoyer aus kommt ihr in den Lesesaal, wo ihr entweder vor Ort lesen und arbeiten könnt oder auch euch Bücher ausleihen könnt. Und checkt außerdem am besten einfach mal online die Bibliothek. Da gibt es noch super viele weitere Angebote. Hier gibt es auch Gruppenarbeitsplätze und PC-Räume. Also ich zumindest verbringe hier manchmal echt ziemlich viel Zeit. Aber jetzt erstmal einen Kaffee. Unsere nächste Station heute ist das neue Zentralgebäude. Das steht in einem bewussten Kontrast zu der Kasernenarchitektur hier auf dem Campus. Drinnen findet ihr unter anderem den neuen Audimax. Es gibt übrigens auch noch fünf weitere Hörsäle hier auf dem Campus. Dann findet ihr im Zentralgebäude auch noch Seminarräume, Arbeitsplätze, Forschungsräume. Es gibt verschiedene Einrichtungen, wie zum Beispiel den Careerservice und viel, viel mehr. Direkt neben dem Zentralgebäude ist der Biotopgarten. Hier könnt ihr gärtnern und es gibt sogar Bienen. Der Honig von den Bienen, der wird sogar auch hier auf dem Campus verkauft, nämlich beim Hochschulsport. Und das schaue ich später auch noch mal vorbei. Ich finde es so toll am Campus, dass man super schnell im Grün ist und es auch so viele Außenlernorte gibt. Natürlich gibt es auch drinnen genug Arbeitsplätze. Mein Lieblingslernraum ist die Galerie in Gebäude 14. Das ist einfach eine super entspannte und offene Arbeitsatmosphäre dort. Übrigens, falls ein Seminarraum gerade frei ist, könnt ihr den natürlich auch immer zum Lernen benutzen. Falls ihr für ein Uni-Projekt mal eine Kamera oder ein Aufnahmegerät oder sowas braucht, kein Problem, denn auch technisch ist die Leuphana super ausgestattet. Hier beim Medien- und Informationszentrum könnt ihr euch unter anderem Geräte ausleihen. Und wie transportiert man dann das ganze Equipment? Na klar, mit dem Lastenrad. Direkt gegenüber ist übrigens das Sprachenzentrum von der Leuphana. Ich finde ja, das Studium ist eine super Gelegenheit, um nebenbei seine eigenen Sprachkenntnisse zu erweitern. Denn nirgendwo anders bekommt ihr quasi kostenlos so einen hochqualifizierten Sprachunterricht und kleiner Nebeneffekt. Da ihr natürlich auch ganz viel quatschen müsst, lernt ihr super schnell neue Freunde kennen. Seminare, Vorlesungen, Schreiben und Lernen. Was bei der ganzen Sitzerei natürlich nicht fehlen darf, ist Bewegung. Der Hochschulsport ist perfekt geeignet für den Sport im Unialltag. Ob Fitnessstudio, Mannschaftssport oder Tanz, hier ist fast alles möglich. Und an der Anmeldung gibt es dann sogar den Honig aus dem Biotopgarten. Noch mehr Platz für Sport bietet die Mensawiese. Und auch einfach nur zum Chillen zwischen den Vorlesungen ist es hier einfach perfekt. Im Sommer finden hier auf der Mensawiese auch ganz viele Veranstaltungen statt. Zum Beispiel das Hochschulsportfest oder das Lunatic Festival. Wer viel Sport macht, der muss natürlich auch viel essen. Und das geht zum Beispiel in der Mensa. Hier gibt es auch immer Bio zum Studietarif. Das heißt, es ist auch immer etwas Veganes dabei. Und auch zum Lernen und Arbeiten wird die Mensa viel genutzt. Das war's auch schon von meiner kleinen Campus-Tour. Ich kümmere mich jetzt noch um mein Fahrrad. Denn direkt neben der Mensa ist das Konrad. Das ist die Selbsthilfe-Werkstatt hier am Campus. Wird vom Astau organisiert. Und es ist super praktisch, wenn man sein Fahrrad einfach mal kurz in die Werkstatt bringen kann und für wenig Geld es selber reparieren kann, mit sehr viel Hilfe. Es gibt aber natürlich noch ganz viele andere Orte hier auf dem Campus. Das war ja nur eine kleine Auswahl von meinen persönlichen Lieblingsorten. Was sind denn eure Lieblingsorte auf dem Campus? Schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf und sage bis bald. Tschüss!